Toll, sehr schön. ... und geht dann rechts hier, Untermergau, also Kolkrux, Altgrub, Untermergau, Bachmergau. Auch heute eben noch interessant ist, ca. 3000 Tierarten bewohnen hier dieses Naturschutzgebiet. Das war noch ... Nein! Jetzt haben wir den Intercity, der nach Berlin fährt, meine Damen und Herren, hier im Gegenverkehr. Von Gavisch nach Berlin. Ein Wetterstein, wie ich gesagt habe. Ich bin dann wieder frei, kann man immer weiterfahren, ja. Nein, das haben wir gedacht. Jetzt muss bald nur die drei Bäume, das ist etanomant. Ja, ich hab kein Täter in der Rasse. Hä? Ja. Ich hab's keinen Täter aus. Hä? Rechts, wenn Sie schauen, meine Damen und Herren, haben Sie den ersten. Und nachher kann ich ein bisschen der Gremi gebracht werden. Gleis, ja, normal, planmäßig bleibt mein Gleis nicht. Aber jetzt wird uns später 2000, ja gut. Vielen Dank. Baden-Kirchen Die Zugspitze verläuft, von Riesen kommend direkt über den Zug, verschiedene Runden zum Besteigen der Zugspitze. Aber das wäre jetzt so, das ist normal. Rechts haben wir die Zugspitzbahn, wenn Sie nach hinten schauen, im Bahnhof der Zugspitzbahn. Und wenn wir jetzt hier raus fahren, haben wir das BW, das Betriebswagen, wo der Lokomotiv rechts und da ist. Und dann, rechts, nebendran dann der Olympia Salomon. Kleine hier gewusst ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020